Du musst das nicht anziehen, ne? Das ist dir bewusst. Kann Boris jetzt mit der Idee? Ne, das war unsere. Wir haben Schuhe. Achso Leute, als wenn du die anziehst. Ja, okay. So. So, liebe Leute. Heute neue Folge mit dabei. Dennis, Bram. Hi. Ja. Hallo. Cool, dass du dabei sein darf. Bist du bereit? Nein, überhaupt nicht. Aber ich mag das Format total. Okay. Alle Folgen gesehen. Ich bin mega vorbereitet. Ich habe alles über dich herausgefunden vorher. Das ist sehr gut. Ich habe zwei Leute direkt angestellt, Vollzeit für ein Jahr. Die haben all deine schmutzigen Geheimnisse herausgefunden. Du hast ja auch das Geld. Ich habe auch das Geld. Ja. Okay. Mal gucken, was die so herausgefunden haben. Warum hast du eigentlich seit dem 21.07.2021 nichts mehr in unserer Krypto-Gruppe geschrieben? Du meinst mit der, wo wir mit allen drin sind? Ne, das hat viele Gründe. Hauptsächlich bin ich der Meinung, dass, also kurz als Hintergrund, es gibt diese Gruppe, in der sich eine große YouTuber, Twitter, Influencerschaft Deutschland zusammengetan hat, mal vor, ich weiß nicht mehr, vielen, vielen Jahren. Und wir haben dann zusammen, ich weiß, wer die Fragen vorbereitet hat, weil eine Person ist nämlich mit dabei, Entschuldigung. Und wir haben dann mal uns zusammen unterhalten und da habe ich dann viel so aus den Kulissen mitbekommen, du ja dann wahrscheinlich auch. Und es gab halt nichts mehr zu erzählen. Die Geschichte ist auserzählt. Ja. Halten und irgendwann vielleicht mal auscachen noch, wer es noch nicht getan hat. Und ansonsten, der Bitcoin kommt wieder. Okay. Oder halt die Mitarbeiter bezahlen, um halt Informationen rauszukriegen über dieses Format hier. Ja, das ist richtig. Aber derselbe Mitarbeiter ist ja in derselben Gruppe. Okay. Hast du schon mal jedes Loch in einer Standard-Klarsichtfolie benutzt? Ja, Moment. Ist das jetzt ein Trick? Eine Standard-Klarsichtfolie? Du meinst jetzt sie für das Handy? Oder? Ich nehme an, das ist so dieses zum Papier reinschieben. Dann ja. Hast du benutzt? Habe ich schon mal benutzt. Okay. Warum? Oder jetzt so benutzt. Das ist dir überlassen, wie du die Frage interpretierst. Also mit Papier habe ich das schon mal vollgestopft. Ja. Ja, bis nichts mehr ging. Und die Klarsichtfolie? Die? Die nicht, nee. Nur das Papier. Okay. Wenn Cannabis legalisiert wird, wie viele Millisekunden würde es dauern, bis du dein eigenes Gras rausbringen würdest? Gar nichts. Schon alles vorbereitet. Okay. Ich meine, das ist ja schön. Die Farben sind ja nicht per Zufall gebildet. Ja, ich sehe es gerade. Ja, und wir haben, ich wäre sofort dabei, wenn die Sache kommt, einen eigenen Verein gründen, direkt, nur noch so, dass Pete Smith dann, da steht ja so, wer will mehr als noch spielen, steht ja mittlerweile nicht mehr, aber steht da, 420 steht da drunter. Und ja, also warum auch nicht? Ich finde es so, wie Leute auf den Hype aufspielen, so Monte zum Beispiel macht Gunnergy und ist da irgendwie in dem Energy-Markt mit drin? Rein, auf jeden Fall. Ryan Reynolds hat hier Aviator Gin oder wie der heißt. Ja. Warum nicht, ne? Ja, okay. Kollaboration mit Monte in dem Bereich, so Cannabis, würdest du das machen? Ich weiß tatsächlich nicht, wieso Gunnergy und Cannabis zusammengehen, weil das eine ist ja eher so ein Energiegetränk, das andere ist ja dann so eher für... So THC-Energy? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich bin da nicht so wissenschaftlich drin. Also ich glaube schon. Das wäre schon cool. Von wem würde ein Start-up als erstes pleite gehen und warum? Jenyan, Jay, Tanzverbot, Let's Hugo. Okay, also Let's Hugo ist fucking smart. Ich habe Craft Attack gesehen mit Minecraft. Der hat Sachen gebaut, leck mich am Arsch. Jen, hundertprozentig von Jen. Die würde einfach, die würde wahrscheinlich in der Kollaboration machen mit Milchbaum zusammen. Die würde rechtlich sehr schnell bedenkliche Ausmaße annehmen. Und am Ende wüsste man zwar nicht, wie man verklagen muss, weil die beide gleich aussehen. Aber irgendwo in die Richtung kann man definitiv, glaube ich, tendieren. Weil auch Jonathan, dadurch, dass er bei Piez mit ist, kann ja logischerweise mit Geld umgehen. Ja. Das ist ja auch nicht so viel, was er dann zur Verfügung hat. Also es ist ja nicht schwer, damit umgehen zu können. Weil, ja, das ist halt so die Problematik, wenn man teilen muss. Ja. Und dann kriegen andere was ab. Ja. Und das ist schlecht, wenn man selber mehr haben möchte. Ja, okay. Ja, den kleinen Kuchen müssen sich die drei dann teilen wahrscheinlich. Jay, Sepp und... Wieso sollten die den ganzen Kuchen kriegen? Stimmt. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ja. Apropos, würdest du mir vielleicht noch das Buch unterschreiben? Habe ich das schon. Ach, ist schon. Können wir sogar von allen. Ach, das will gar keiner haben? Nee. Ah, okay. Das ist die alte Ausgabe. Ja. Dann... Wir arbeiten gerade an einem neuen. Ja, okay. Wenn du das haben möchtest... Also würde ich jetzt eher ablehnen. Ist in Ordnung. Ja. Wäre auch Papierverschwendung. Ich kann es eh nicht lesen. Ich kann auch nicht kochen. Wie geht es dir mit dem Gedanken, dass die meisten Haustiere nie Sex haben werden? Boah, das ist ja voll traurig. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Hast du Haustiere? Ich hatte mal Ratten. Die waren... Gewollt? Ja, auch gewollt tatsächlich. Drei Generationen. Ja. Und die hatten auch keinen Sex. Also außer deren Eltern, aber die selber nicht, weil die waren alles Böcke. Ist das Rattenbock der Name? Ja. Okay. Und ja, dann... Ist das schon ein sehr trauriger Gedanke. Ich finde, ich werde das demnächst besprechen mit Leuten, die mehr, glaube ich, zu wissen und noch trauriger mich machen können. Mit so melancholischer Musik dahinter. Gutes TikTok-Edit. Das wäre echt nice, ja. Und ich gucke ein Video von Jen. Ja. Irgendwie sowas. Okay. Du hast damals bei den Pfadfindern ja schon gemerkt, dass Arbeiten nicht dein Ding ist. Würdest du sagen, dass der erste Auftritt in der Mini-Playback-Show wegweisend für deine Karriere war? Also. Nice. Das war cool. Ja, wir haben damals die Doofen nachgemacht. Ich habe den Songwriter vergessen. Peter und ich aber. Und das war definitiv, wie soll ich sagen, der Höhepunkt der Mini-Playback-Show damals gewesen. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich dazu sonst sagen soll. Und aus der Nachahmung ist dann Peetsmeet entstanden quasi? Im Prinzip dann schon am Ende. Also es war so die logische Weiterentwicklung. Ich habe dann versucht, mich zwischendurch noch irgendwie mit so Pseudo-Wirtschaftswissenschaften über Wasser zu halten und sogar Pseudo-intellektuell zu tun. Ja. Aber sich vor die Kamera zu stellen, zu rülpsen und irgendwie ab und zu mal Dunsthes zu sagen, hat mir dann mehr gelegen. Und dachte mir dann so, ich verfolge den Weg dann auch weiter. Wenn Gott mir eine Gabe gibt, wer bin ich, die zu refusen an der Stelle. Ja, stimmt. Gute Einstellung, gesunde Einstellung vor allem. Ich werde ja jetzt auch immer reicher. Soll ich mich auch als Obdachloser tarnen, damit man mir mein Reichtum nicht ansieht? Ich finde tatsächlich an der Stelle, du machst das schon ganz gut. Das geht sehr wohl. So funktioniert das ja ganz gut. Das ist jetzt quasi so ein knappes 1.500-Euro-Outfit, was du machst. Alleine Socken. Plus bzw. minus 1.000 Euro dann hier. Ja, ich weiß nicht, die Tracement-Gebühr und so weiter. Ja, ich bin da ehrlich, ich lege da nicht immer ganz so viel Wert drauf. Aber das liegt auch daran, dass ich keinen Geschmack habe. Wirklich. Also ich bin da auch super schlecht drin, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde Hobo-Style ist manchmal auch echt angenehm. Ich meine, wie geil ist es mit, du kommst morgens aus dem Bett, die Jogginghose, die du noch von vorletzter Woche an hattest, lässt du kurz fallen, guckst die Dusche an, denkst verarscht und setzt dich dann vor den Rechner und nimmst halt einfach auf. Das ist der Lifestyle, oder? Ja, also ich, ja, das ist mir sehr unangenehm irgendwie, weil ich möchte mich ungern über deine Pflege unterhalten. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal die nächste Frage stellen. Du kennst dich doch so gut aus. Was ergibt 3 mal 7? Okay, 21. Das ist falsch, leider. Okay, schade. 3 mal 7. Ja, 7, 14, 21. Bist du dir ganz sicher? Ja, außer normalerweise schon, ja. Das wäre feiner Sand gewesen. Das ist 7 mal 7. 7 mal? 7 mal 7. Ich habe es schon in 3 mal 7 hinbekommen. Ich habe es vorhin nochmal ausprobiert. Ich wusste nicht, du bist halt krass kompetent. Ja. Man merkt das auch, du bist, ich meine, du bist so schnell in deinen YouTube-Videos, wir schneiden die ja auch nicht, dass du, wenn du vor der Kamera stehst, du die Position wechseln kannst und dich umziehst, während die Kamera sich quasi dreht. Ja. Und das würde ich nicht können. Das ist schon krass. Ja. Ich verstehe das auch ehrlich. Könnte man ein Sketch zusammen machen, vielleicht. Das wäre schon lustig, ja. Ja. Muss ich dann auch so schnell rennen? Ja. Das kann ich nicht. Ja, das können wir üben. Okay. Weil ich schaffe ja, also ich zeige dir das, wie das geht. Okay. Also ich brauche nicht 7 mal 7, ich zeige dir, wie das geht. Okay. Vielen Menschen kommen die besten Ideen ja unter der Dusche. Aber wenn die Energiepreise immer weiter steigen, kommen nur noch reichen Leuten wie dir gute Ideen. Willst du als guter Demokrat deshalb jetzt weniger duschen? Bisschen vorgegriffen, weil wir hatten das Thema vorhin schon, aber du kannst ja trotzdem versuchen, drauf zu sagen. Also die Wahrheit ist ja hier duschen nicht. Dementsprechend leiste ich meinen Beitrag, finde ich da auch vollends. Und ich habe mir jetzt auch neuerdings noch abgewöhnt abzuziehen. Das mache ich noch jedes zweite Mal. Und nochmal zusätzlich Wasser zu sparen. Das ist doch kaltes Wasser, aber trotzdem. Du meinst die anderen Mitarbeiter bei PietSmiet abziehen oder was meinst du mit abziehen? Ja, also die jetzt nicht unbedingt, die sind ja nicht bei mir zu Hause. Ja, okay, okay. Du meinst das physische Abziehen? Ich meine das physische Abziehen auf die Toilette. Ja, okay. Und die Mitarbeiter, ja ganz ehrlich, alle reden halt immer über Inflation, alles wird teurer und so weiter. Ich sage mal, mal sparen. Also ich finde, man kann jetzt auch einfach nicht über seinen Verhältnissen leben. Ich meine, du kennst das, du tust das jeden Tag. Ja, ja. Ja, und da müssen halt andere unterbluten. Wenn eine reiche Minderheit leben möchte wie Krösus, dann müssen halt andere dafür buckeln. Ja. So einfach ist das. Das tut mir dann auch immer kurz leid und dann trockle ich mir die Tränen mit 52-Euro-Scheinen. Wenn uns kalt wird, ich meine, wir haben ja genug Zeug zum Verbrennen. Absolut. Das ist ja ein ordentlicher Stapel, das könnten wir dann nehmen. Und das kommt ja, es ist ja ein neues Verbrennungsmaterial in Arbeit, habe ich dann gehört. Das ist das Coolste daran, das ist ein Vorteil von Kapitalismus, oder? Wenn du nichts mehr zum Verbrennen hast, könntest du halt Holz nehmen oder einfach Reste. Ja, ja, stimmt. Das sind wie die Karten hier auch. Das werden wir dann ja auch verbrennen. Apropos die Welt geht unter. Es sind nur vier Plätze frei in der Rakete, die dich in Sicherheit fliegt. Wer von PietSmiet muss mit dem Rest unserer Zivilisation untergehen? Achso. Es sind insgesamt vier Plätze, nicht plus. Ihr wollt grad sagen, so einfach ist das nicht. Ja, schade. Okay, also wenn lass ich zurück. Kurze Frage, kann ich Geld digital mitnehmen? Das steht jetzt hier nicht, also ich würde es mal verneinen. Okay, das wäre schon ein ganzer Platz. Ja. Dann würde ich sagen, damit wir auch bis zum Letzten noch was rauskriegen, brauchen wir zwei Außendienstreporter quasi. Sepp hat eine ganze Familie, schon eng dann, also würde ich sagen, raus. Und ja, da bräuchte ich eigentlich noch einen raus, damit ich das Geld mitnehmen kann. Ja, würde ich sagen, Peter auch noch. Dann können Sepp und Peter zusammen noch die letzte Show machen. Das finde ich fair eigentlich. Können ja Bücher stapeln und hinterher kommen, dann einfach. Ja, aber dann, nee, das glaube ich nicht, dass sie das machen. Weil in der Zeit sind die nicht live. Ja, stimmt. Kennst du das Problem? Ja. Ja, Content und so. Also was war deine Antwort? Peter und Sebastian würde ich einfach eiskalt zurücklassen. Weil der eine hat eine Familie und das ist halt echt anstrengend. Und der andere? Der andere zwar nicht, aber wir brauchen zwei Leute für die Moderation. Okay. Du bist dafür bekannt, dass du der Unordentlichste bei Pete's Meat bist. Warum glaubst du, dass die Strafe für das unaufgeräumteste Zelt keine Wirkung auf dich hatte und welche Strafe hättest du deiner Meinung nach gebraucht, um deine Schlampigkeit in den Griff zu bekommen? Das ist interessant. Also es geht wahrscheinlich um das Fahrtfindercamp. Wie ich auch von außen habe. Aber ich habe nicht mehr mehr die Ahnung, was die Strafverdienter war, weil die war wahrscheinlich einfach leb in deinem Zelt. Ja, okay. Also war einfach so normal life. Ja. So ich verstehe das dann halt auch nicht immer, was die Leute haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Was für ein Camp war das, dass du eine Strafe für ein unaufgeräumtes Zelt bekommen hast? Wir haben selber einen Fahrtfindercamp. Achso, nein, das war das Fahrtfindercamp. Mein echtes Fahrtfindercamp. Ja. Das tut mir leid. Ich habe vergessen, ich musste vor so einem NDA unterschreiben, das muss ich anfassen. Ja, da habe ich das mal bekommen. Ja, da habe ich mein ganzes Zelt mit runtergezogen. Ich weiß aber nicht mehr, was die Strafe war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das kommt nicht so gut. Ja. Das weiß ich. So. Okay. Das ist dann ein Drill durch die Gemeinschaft. Würdest du sagen, deine Wohnung ist ein riesiges Zelt? Meine Wohnung ist erstmal riesig. Ja. Und auch ein Zelt, ja. Okay. Du warst ja mal als Kind in Duisburg im Zoo und da gab es so eine gigantische Rutsche. Würdest du deshalb sagen, dass man Tiere weiterhin in Gefangenschaft halten sollte, weil du da so gern gerutscht bist? Also ja, das ist richtig. Ich war einmal auf dieser Rutsche. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man so, keine Ahnung, vier ist oder so. Ja. Dann war die krass. Aus heutiger Perspektive war die wahrscheinlich keine zwei Meter hoch. Ja. Oder vielleicht drei. Und nee, ich bin da eigentlich nicht mehr so für. Ja. Für Rutschen. Für Rutschen, ja. Weil die Gefangenschaft würdest du weiterhin befürworten? Ich bin generell für Gefangenschaft. Das ist was Gutes. Stell dir mal vor, die würden alle frei rumlaufen. Das wäre schrecklich. Dann wäre das überall auf den Straßen und so weiter. Bei Ratten, die nicht vögeln können und so. Das wäre schon schlimm. Das wäre schon schlimm. Außer man würde das auch den Verkehr in Berlin echt lahmlegen. Wobei, das wäre in Duisburg. Ja, das wäre in Duisburg. Dementsprechend kann es dir egal sein. Das ist richtig. Da will eh, glaube ich, keiner hin, oder? Nee. Was gibt es da eigentlich? Ein Zoo mit einer Rutsche? Vermutlich nicht mehr, aber es gab es da. Ich habe eine Startup-Idee, die den Küchenschrankmarkt kaputt macht. Wir verkaufen den Leuten zwei Geschirrspüler, weil dann brauchen sie keine Küchenschränke mehr. Gibst du mit Piz mit Geld? Alter, die Idee ist so awesome, dass ich das in meiner Küche haben wollte. Ich wollte wirklich zwei Geschirrspüler haben, weil ich der Meinung war, da kannst du die eine machen, essen und wenn es dreckig ist, stellst du die andere und wenn die eine leer ist, machst du die andere einfach an. Wie awesome ist diese Idee? Warum gibt es keinen Geschirrspül-Trockner? Gibt es doch. Kommt dein Geschirr nass aus der Spülmaschine? Ein bisschen feucht. Ja, okay, aber deine Klamotten kommen ja auch nicht komplett trocken aus dem Trockner. Doch. Okay, aus meinem nicht. Aber vielleicht benutze ich den falsch. Das wundert mich. Nutzt du den Geschirrspül-Trockner dann für deine Wäsche eventuell? Nee, aber ich könnte es mal ausprobieren. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Aber ich finde deine Idee super. Ich würde die finanzieren. Ja. Komplett. Ich würde einen fähigen Geschäftsführer einstellen. Und... Chen Yan vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil die eine Frau ist. Ja, das ist ein Problem. Ja. Ja. Aber... Vielleicht Milchbaum. Nicht auch eine Frau? Ja, aber die ist vernünftig. Ja? Die hat so generell auch was im Köpfchen und so. Okay. Das ist mir jetzt letztens bei der Aufnahme wieder aufgefallen. Die ist die Schlaue von den beiden. Ja. Also die eine tut nur so und die andere ist so, meinst du? Willst du das abkürzen so? Ja, die sind ja Zwillinge, glaube ich. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Aber... Ist ja egal. Das ändert ja an... Ja, dann würde ich eine Aussage genauso unterschreiben. Ja. Ja, das war's. Du kannst dich gerne noch bedanken dafür, dass ich mir die Zeit genommen habe. Ansonsten... Sehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Tschüss. Ja. Das war's jetzt, glaube ich. Da ist ein Rechtschreibfehler drauf. Ja. Das ist von Tino. Dachte ich nicht. Das waren die anderen auch, oder? Mhm. Ja, schon krass. Tschüss. So. Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Nur wenn ihr wollt, also das müsst ihr nicht. Das wäre besser. Tschüss. Das sinkt jetzt in der Watchtime. Wenn wir jetzt nicht langsam Schluss machen. Also das ist jetzt... Der Punkt, dass du rausgehen solltest, ist jetzt weit. Also du müsstest jetzt eigentlich gehen. Oh, okay. Entschuldigung. Ja. Tschüss.